So Leute, in diesem Moment wartet jeder auf die nächste große Bitcoin-Bewegung und genau deshalb werde ich euch heute mal ein paar verschiedene Charts zeigen, die uns einen Hinweis darauf geben können, in welche Richtung sich das Ganze bewegen wird. Wir sprechen also über einige wichtige Entwicklungen, die in den letzten paar Tagen stattgefunden haben und natürlich auch über einige der ganz, ganz wichtigen Level für Bitcoin, aber auch für Krypto, auf die wir jetzt erst einmal aufpassen müssen. Und genau deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit Willkommen zurück, meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und von dem Aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal auf dem 4-Stunden-Chart loslegen. Seit dem gestrigen Video haben wir nämlich versucht, hier die orangenen Box nach oben zu durchbrechen. Auf dem 4-Stunden-Chart kann man das ganz klar sehen, das ist uns bis jetzt nicht gelungen. Wir sind wirklich mit mehreren Kerzen daran abgeprallt, jetzt gerade sind wir ganz knapp darunter. Und auf dem Tagesschart, schaut mal hier, hier sieht man das noch klarer. Eine Kerze, die versucht hat, da reinzubrechen, dann noch einmal eine zweite, wo wir kurz drin gewesen sind, dann allerdings wieder nach unten gegangen sind und jetzt gerade befinden wir uns eben unter der orangenen Box. Auf dem Tagesschart und auf dem 4-Stunden-Chart kann man also ganz klar sagen, dass die orangenen Boxen ein richtig fetter Widerstand ist. Und natürlich, die wird auch erst einmal auf dem Weg nach oben Widerstand bleiben, wenn wir uns jetzt allerdings auch mal die Moving Averages einschalten. Hier, schaut mal, wir haben auch ganz, ganz klar Probleme mit den grünen Moving Average, was der 200er-Tage-Durchschnitt ist. Wenn wir allerdings da mal durchbrechen können, dann bin ich mir sicher, dass wir einen richtig schönen Pump nach oben haben können. Warum? Naja, weil wir nicht nur diese ganzen Widerstandslevel nach oben durchbrechen würden, sondern wir würden auch hier in einige Level stoßen, wo, man kann sagen, einige Short-Positionen eingegangen worden sind. Zwischen 63.300 Dollar bis zu 64.400 Dollar. Da ist definitiv einiges an Liquidität abzuholen. Ich würde sagen, einige hundert Millionen Dollar an Shorts, die dann liquidiert werden würden, sollten wir in diesen Bereich kommen. Unten muss man allerdings auch dazu sagen, dass wir einige bedeutende Mengen an Long-Positionen haben, die bei ungefähr 61.600 liquidiert werden würden. Das sind also genau die Level, auf die wir jetzt unbedingt achten müssen, wenn es um Long- und Short-Squeezes geht. Aber bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Was man auch sehen kann, ist, dass wir momentan so ein kleines W-Pattern formen. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Art und Weise, wie wir das gerade machen, das ist nicht unbedingt die beste Art, weil wir eben aus dem Aufwärtstrend kommen, dann nach unten gehen und diese beiden doppelten Böden formen. Von der Marktpsychologie ist das halt eben, ja, nicht so, wie ich es eigentlich bevorzuge. Aber ich zeige euch das mal auf dem etwas größeren Timeframes. Wir kommen ja aus einem ziemlich, ziemlich großen Aufwärtstrend, wo wir nach oben gegangen sind. Dann haben wir diesen Boden und auch dieses Low hier. Und normalerweise, was dann passieren sollte, ist, wenn wir durch die Neckline brechen, diese rote Linie hier oben. Wenn wir da durchbrechen, dann sehen wir normalerweise einen schönen Pump nach oben. Wie weit? Naja, man kann das Ganze mit einem technischen Preisziel ausmessen. Vielleicht irgendwo bei 67.000 Dollar auf Grundlage dieses Breakout-Targets von diesem doppelten Boden. Aber natürlich, wir müssen ganz klar erst einmal auf diese großen Widerstandslevel über uns achten. Wenn wir da durchbrechen bei 63.000 Dollar, dann haben wir, lass ich mal ganz kurz schauen, Dann haben wir, ja, ich würde sagen, ein logischer Punkt, wo wir hinkommen könnten, wäre bei 66.700 Dollar. 67.000 Dollar auf Grundlage dieses Breakouts von diesem doppelten Boden auf dieser Trendline. Wenn wir also da durchbrechen, ganz, ganz wichtige Sachen, die da passieren könnten. Aber natürlich, wir wissen, wir haben diese ganz wichtigen, ganz signifikanten Widerstandslevel auf dem 2-Tage-Chart. Die orange und die rote Linie, die sind auch mega wichtig. Die sind auch bei 64.000 und 65.200 Dollar. Das sind jetzt also die Sachen, auf die ich momentan aufpasse. Ach so, für alle, die sich fragen, warum ich das nicht mag, wenn ein doppelter Boden nach einem Aufwärtstrend geformt wird. Was man normalerweise sehen möchte, ist, dass wir einen ganz langen Downtrend haben und dann, dass wir den doppelten Boden formen, durch die Neckline durchbrechen und dann haben wir nämlich eine Trendwende. Das ist nämlich eine Formation, die normalerweise eine Trendwende einleitet und wenn man die ganze Zeit nach oben geht und dann weiter nach oben geht, ist das natürlich keine Trendwende. Jetzt haben wir allerdings so etwas. Trotzdem kann man hier eine Neckline einziehen und auch dann, wenn wir nach oben durchbrechen, kann das Ganze auf jeden Fall einen richtig schönen Pump bringen. Viele Leute haben sich das auf jeden Fall angeschaut und werden auf Grundlage dieser Sache traden. Deshalb wird das Ganze wahrscheinlich auch funktionieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt noch einmal zu den traditionellen Märkten gehen, hier kann man sehen, dass wir einfach ein neues Allzeithoch gemacht haben. Und die große Frage ist, die sind ja heute geschlossen, wenn die heute Abend die Futures-Märkte wieder öffnen werden, wenn wir weiter nach oben gehen können, dann könnte das auch dazu führen, dass wir bei Bitcoin weiter nach oben gehen und durch die ganzen Moving Averages und Widerstände durchbrechen. Also ganz ehrlich, bis jetzt, heute, sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Nächste Woche gibt es jetzt nicht ganz so viele Sachen, die passieren. Wir haben, gut, von der EZB die Zinsentscheidung, aber nichts ganz, ganz Besonderes, was nächste Woche an News passieren wird. Eine Sache, die allerdings doch passieren wird, ist höchstwahrscheinlich die Attacke auf den Iran. Das ist also eine Sache, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Und ansonsten ist die Erwartung momentan, dass sie staatliche und Ölinfrastrukturen angreifen werden. Ja, könnte das möglicherweise zu höheren Ölpreisen führen, was dann wieder zu höherer Inflation führen wird, das werden wir wohl abwarten müssen. Aber das könnte und wird wahrscheinlich das wichtigste Ereignis diese Woche sein. Die haben nämlich gesagt, dass die Attacke oder der Angriff schnell und weiter folgen wird. Also definitiv, zumindest laut ihren eigenen Worten diese Woche, aber ja, mal abwarten, Leute. Eine andere interessante Sache ist, dass die FED immer noch die Bilanzen abbaut. Also obwohl die die Zinssätze senken, bauen die die Bilanzen ab. Das bedeutet, die entziehen dem Markt so gesehen Liquidität. Und eigentlich ist das eine ziemlich ungewöhnliche Sache, dass sie die Zinsen zwar senken, aber gleichzeitig die Bilanz abbauen. Normalerweise ist das Gegenteilige der Fall. Man senkt die Zinsen, man erhöht wieder die Bilanzsumme, man stimuliert also die Wirtschaft mehr und mehr. Was mir das jetzt also zeigt, ist, dass das ist eine andere Sache, auf die wir uns freuen können. Und wenn die FED hier irgendwann mal den Schwenk macht und wir sehen, dass die Bilanz weiter ausgebaut wird, das wird sogar noch besser sein, abgesehen von den Zinssenkungen, die wir jetzt gerade schon haben. Also ganz, ganz klare Sache, die wir im Auge behalten. Und was China betrifft, hier kann man sehen, dass die Inflation oder die PPI, die gestern veröffentlicht wurde, dass die schlechter ausgefallen ist als erwartet. Was bedeutet, die haben Deflation. Die werden die Wirtschaft also wahrscheinlich noch stärker stimulieren, was auch interessant sein wird zu beobachten, wie die Märkte darauf reagieren werden. Und jetzt will ich euch noch das hier zeigen. In jedem einzelnen Zyklus, den wir bisher gehabt haben, sind wir über Quartale mit einer Performance von 75% hinausgegangen. Normalerweise sieht man also Quartale mit mehr als 75% Aufwärtsbewegung. In diesem Zyklus haben wir das allerdings nicht gesehen. Diese gestrichelte Linie, das ist 75% pro Quartal. Das ist bis jetzt nicht passiert und in früheren Zyklen haben wir sogar über 200% gehabt. 200% Rendite pro Quartal. Bitcoin hat sich also, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so gut entwickelt, wie wir es normalerweise in früheren Zyklen gesehen haben. Ich denke also, dass die Leute, schaut mal, ich glaube, das wird ziemlich schnell und ziemlich stark ansteigen. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir, okay komm, vielleicht nicht so große Spitzen, wie vorher gesehen haben, aber definitiv etwas Größeres, was wir hier gesehen haben. Also hier diese mittelgroßen oder wenigstens mal so groß, dass sie über die 75% kommen. Aber wir werden mal abwarten. Ich habe jetzt über die Liquidierung gesprochen und jetzt will ich euch noch das hier zeigen. Das Interesse, das Suchinteresse an Bitcoin befindet sich auf einem Allzeittief oder nicht Allzeittief, aber zumindest mal auf einem Jahrestief. Die Leute suchen nach Meme-Coins. Meme-Coins wird wahrscheinlich diesen Monat auf einem neuen Allzeithoch sein. Das Meme-Coin-Narrativ ist einfach momentan echt krass. Und natürlich werden wir das Ganze in der Zukunft weiter für uns nutzen. Außerdem ist ja bald die Wahl. Donald Trump ist momentan schön vorne, fast 10% weiter vorne. Nur noch 23 Tage, drei Wochen Zeit. Wer wird gut für Bitcoin sein? Trump hat gesagt, er wird super gut für Bitcoin sein. Er wird gut für Krypto sein. Bei Kamala Harris, wissen wir nicht. Zumindest wird Kamala Harris wahrscheinlich etwas mehr Geld drucken. Und trotzdem würde ich sagen, für den Kryptomarkt möchte ich auf jeden Fall, dass Donald Trump gewinnt. Weil wenn er wirklich alles hält, was er über den Kryptomarkt gesagt hat, was Regulierung angeht, alle diese Sachen, dann wird das eine richtig Riesensache werden. Und ich hoffe, dass wenn er gewinnt, dass er die ganzen Kryptobros nicht vergisst, dass er uns nicht vergisst und wer ihm geholfen hat, überhaupt zu gewinnen. Also ja, wir werden einfach mal abwarten und hoffen, dass wir ein viel besseres regulatorisches Klima in den USA bekommen werden, was Krypto angeht. Ja, im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.